Heute habe ich einen sehr inspirierenden Gedanken für dich. Wir werden geboren und wenn wir Babys sind, dann können wir alle Laute von allen Sprachen sprechen. Wir können alle Laute machen und nach dem, was ich gehört habe, machen Babys auch alle diese Laute, aber sie verlernen alle Laute, die nicht in ihrer Muttersprache vorkommen. Wir kommen auf die Welt und machen alle Laute, aber wir vergessen alle Laute, die nicht in der Muttersprache vorkommen. Was heißt das? Das heißt, wenn du eine Fremdsprache lernst, wenn du zum Beispiel Deutsch lernst, dann musst du eigentlich nicht die Aussprache neu lernen, sondern du musst dich einfach nur an das erinnern, was du schon einmal konntest. Das ist der inspirierende Gedanke heute. Als Babys konnten wir alle Laute machen, aber wir haben sie leider vergessen. Und jetzt brauchst du dich nur zu erinnern und dann kannst du auch und so weiter machen. Diese Laute kannst du aussprechen und diese Laute kommen zum Beispiel in manchen Wörtern in der deutschen Sprache vor. Also, die Aussprache der deutschen Sprache ist gar nicht so schwer. Du erinnerst dich nur. Okay, ich glaube, jetzt habe ich genug über dieses Thema geredet. Ich glaube, jetzt hast du verstanden, was ich meine und wir sehen uns später. Tschüss!